Also ich bin der Leo und ich fahre sehr gerne Skateboard. Da haben wir eine wunderschöne Skateanlage hier oben. Da zum Beispiel ist eine Rampe. Und ja, ich fahre halt hier furchtbar gern Skateboard. Ich finde Skateboard unglaublich cool und ja, ich bin halt am Turnieren. Ja, also der Skaterplatz in Leoben hier, der heißt Tivoli, der gehört zu der Sportanlage von Leoben. Das ist die Stadt, wo ich wohne. Und ja, ich finde es halt unglaublich cool, die Skateanlage. Ich habe mich noch nie getraut, hier runter zu fahren. Vielleicht werde ich es mich auch nie trauen. Aber vielleicht bin ich 13. Ich bin 13. Ich bin 13. Ich bin 15. Ich bin 15. Ich bin 15. Ich bin 15. Wings are. Bis zum nächsten Mal.